Ja, der Integrationsprozess war für uns ziemlich einfach, also von A bis Z. Wir mussten erstmal natürlich entscheiden, wir machen einen Switch von einem bisherigen Signature-Provider. Das heißt, für uns war das schon eine größere Entscheidung, diesen Switch zu machen. Aber das hat uns tatsächlich das Team von NewSign da sehr einfach gemacht. Wir, auch so aus unserem Beispiel heraus, man muss dann eben schon als europäischer Tech-Player sehr stark darüber nachdenken, wie man tatsächlich zu den großen amerikanischen Lösungen geht, mit einem damit verbundenen Konsequenzen und häufig funktioniert das auch tatsächlich richtig, wegen Kundendaten, GDPR und so weiter. Und da macht es dann natürlich Sinn, in Europa zu schauen und definitiv auch mit NewSign zu sprechen.